Was sind die verschiedenen Arten von bösartigen Tumoren? Krebs ist ein unkontrollierbares Wachstum von Zellen, oft Tumoren genannt, überall im Körper. Maligne Tumoren können zum Tod führen, wenn sie nicht behandelt werden. Die anormalen Zellen werden durch Benennung des Gewebes, indem die anormalen Zellen ihren Ursprung haben, klassifiziert. Die vier häufigsten Typen sind Sarkom, Karzinom, Leukämien und Lymphom. Sie betreffen Knochen- oder Muskelgewebe, Epitelgewebe, Blut- und Knochenmark-BZW-das-Lymphsystem. Sarkom ist eine Krebsart, die sich aus Geweben wie Knochen oder Muskeln bildet, und diese bösartigen Tumoren können sich in Armen oder Beinen entwickeln. Schädliche Tumoren, die auf glatten Muskeln wachsen, werden Laiomyosarkome genannt. Diese Tumoren befinden sich hinter der Bauchhöhle und den inneren Organen, die aus Muskeln bestehen. Sarkom ist häufiger bei älteren Menschen als bei jungen Erwachsenen und Kindern. Malignome, die von Epitelzellen, einschließlich Hautkrebs, ausgehen, werden als Karzinome bezeichnet. Man findet epiteliales Gewebe, das die Oberflächen und Hohlräume der Organe einschließlich der Oberfläche des Körpers selbst auskleidet. Hautkrebs ist die häufigste Form von Krebs beim Menschen. Jährlich treten weltweit über eine Million neue Fälle auf, darunter die am wenigsten gefährliche Form, das Basalzellkarzinom und der gefährlichste Typ, das Melanom. Karzinome können sich in jedem Epitelgewebe, einschließlich der Lunge, entwickeln, wo Malignome häufig in Form von Karzinomen auftreten. Leukämien entwickelt sich im Knochenmark und in Blutzellen. Bei Patienten mit Leukämien bildet das Knochenmark abnormale weiße Blutkörperchen, die die gesunden Blutkörperchen überfüllen. Experten klassifizieren Leukämien entweder als akut oder chronisch. Kinder und Erwachsene, die Strahlung ausgesetzt sind, haben eine erhöhte Chance, diese Art von Malignität zu entwickeln. Krebs des lymphatischen Systems wird Lymphom genannt. Das Lymphsystem besteht aus einem Netzwerk von Gefäßen, die Lymphflüssigkeit transportieren. Diese enthalten weiße Blutkörperchen, sogenannte Lymphozyten, die Infektionserreger angreifen. Bösartige Tumore im Lymphsystem umgeben Gewebe, indem sie in ihren Raum eindringen. Dadurch werden Sauerstoff und Nährstoffe abgeschnitten und das Gewebe stirbt ab. Die Ausbreitung einer Malignität über den ursprünglichen Ort hinaus wird als Metastase bezeichnet. Krebszellen breiten sich aus einem Bereich des Körpers aus, indem sie in den Blutkreislauf oder das Lymphsystem gelangen. Malignome können sich aus einem Bereich bewegen und einen neuen Tumor in einem anderen Organ erzeugen. E-Marking-Tests erkennen, ob sich der Krebs in anderen Bereichen ausgebreitet hat. Experten können die bösartigen Tumoren anhand der in den Krebszellen gefundenen Marker oder Antigene identifizieren.